Willkommen auf dem Promi-Kanal. Bitte drücken Sie den Like-Button und abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Informationen zu erhalten. Aaaaaaah, bin bei der Kurze. Inzwischen gehört die Sängerin durch Hits wie zu den erfolgreichsten Online-Ire-Rausch-Live-Tour starten und feilt dafür in dieser Woche, und zwar private. Ich bin natürlich auch gereift irgendwo, ich habe erinnert für mich, also ich möchte, ähm, auch mal. Und das ist mehr als überraschend, denn bisher war Helenes, ihre Tochter wird bis heute nur spekuliert, Ende 2001 einfach rausplatzen will. Also ich kann definitiv sagen, als, äh, als Frau, ähm, also mein Privatleben, da ist alles. Ich hole immer so aus, also ich kann damit... Für die 38-Jährige ist es noch ungewohnt, so Flohn. Wir erfahren, dass die 2019 kurz vor einem 2018, nach 10 Jahren Beziehung, die Corona ihre neue Liebe, Akrobat Thomas Seidl, konzentrieren. Ich bin mir so wichtig wie, wie noch vor, äh, sagen wir mal, 5 oder 10, wie so ein kleiner, ja, wie so ein Rempferd einfach so im Stall und bevor sehr gerne, ähm, Shows, aber es ist nicht mehr so elektrisiert, sage ich jetzt mal. Also ich, ich bin da wesentlich gelacht. Weihnachten privat treffen kann, aber schauen wir uns, da ist ja auch Lebensgefährte Thomas. Bezeih ich dem aber auch mal kurz. Sich Helene erstmal warm machen. Sie trainiert hier mit den Akrobaten, denn gleich sehen, ist nix für schwache Nerven. Wir sehen. Atemlos. Und sie selbst erzählt, Äh, oben hängst du schon, ne? Das weiß ich noch nicht. Hat meiner Mom und meine Freundin versprochen, dass ich nichts gefährliches mit... Du bist aufgeladen. Top trainiert, über die Bühne tanzt, die Figur zu halten ist. Ich hab das Gefühl, mein Stockwechsel hat sich komplett verändert. Also früher, es war dann schon eher so eiweißlastiger, sage ich jetzt mal. Ich weiß, also, das rutscht da so durch. Ab Akrobatikeinlagen fit zu sein, da purzeln dann die Funde. Eine Weihnachtsgans logischerweise muss dabei sein. Ein schöner... Oh Gott, nein, bitte nicht. Nein, nein, ich hab jemanden, der... Du weißt schon... Du bist gemein, genau. Na, gerne mal Helene über den Weg laufen wollen. Einfach die Augen... Und mein Trick ist es nicht zu sprechen. Also wenn ich nicht mit Leuten... Tja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also man kann mich schon überall auch finden. Und um Kanada... Ein Tag, der gezeigt hat, dass ein Superstar... Ja, und kippt jetzt die Stimmung in dieser...